meine sehr verehrten damen und herren willkommen zu einer neuen ausgabe von the great reset in der nichts geringeres verhandelt wird als das schweigen der eierköpfe also das versagen unserer eigenen branche paradoxerweise darf ich ihnen einige eierköpfe von rang vorstellen die gerade eben nicht schweigen etwa den philosophen matthias burchart den musiker und poeten jens fischer rodrian und den schriftsteller und publizisten gunnar kaiser ich bin walter verrossung gunnar kaiser von ihnen erscheint in ein paar tagen das buch der kult ein versuch zu verstehen wieso die massen wie lemminge den imperativen unserer pandemie verwalter gehorchen selbst auf spurenelemente eines kritischen verstehens verzichten und die selbstverständlich die suspendierung unserer grundrechte beklatschen und jeglichen dialog verweigern verweigern also genau das was berufs individualisten wie künstler oder intellektuelle gewissermaßen gewerblich ablehnen doch dummerweise sind die wächter des guten waren und schön weitgehend abgetaucht und suchen deckung in der wärme des rudels meine frage hätten sie damit in dem ausmaß gerechnet und zweitens verstehen sie dieses abtauchen und daher ist man natürlich immer klüger man könnte jetzt sagen man hätte damit rechnen müssen wenn man gesehen hat wie wohl ausgesucht die einzelnen betätigungsfelder und auch narrative sind von sagen wir mal den mainstream intellektuellen wenn ich jetzt mal ihre einleitung auch hier aufnehmen darf das auch eben das ist was mich am meisten interessiert hat dass die massen psychologisch wissen wir das seit gustave leban und weiteren dass die manipulierbar sind geschenkt aber dass wir das gewissen der nation als die wir doch dann die intellektuellen anzusehen gelernt haben dass das so ausfällt ja wie kann das sein und man hätte dann doch sehen können ja sie haben sich doch immer zu wort gemeldet zu den themen die opportun waren das gilt das natürlich nicht für unsere ganze geschichte aber man kann vielleicht im nachhinein sehen dass doch die das erbe das wir aufgenommen haben nicht richtig weitergetragen worden ist also vielleicht auch die lehre aus der geschichte sozusagen wenn wir sind ja hier doch der das rheinland ist hier überwiegend vertreten heute jens es tut mir leid aber wenn ich an heinrich boll erinnern darf ja wunderbar meiner zeit aber wenn ich darüber lese ist es so dass er sich wirklich wirklich in die nesseln gesetzt hat wirklich etwas gewagt hat die der 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 geheimdienst war die hat eine hausdurchsuchung da in der südstadt glaube ich bei ihm und in der eifel war das ja richtig ja langen bruch glaube ich ja 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 und also er hat und er ist in den ruch des terroristensympathisanten gekommen und heute sehen wir heinrich boll als den säulen heiligen nachdem schulen und preise benannt werden stiftungen sogar und daraus nichts gelernt zu haben beziehungsweise nur also nicht zu sehen dass man einfach nur die farben umstreichen muss um eben ist für die für die leute nicht merklich zu machen dass jetzt eben jemand mutig nur ist wenn er sich wirklich gegen diesen diesen dieses schweigen wendet ja die frage war habe ich darauf dafür eine erklärung ja muss ich natürlich sagen weil die in meinem buch steht so kann ich ja nicht sagen dann sonst kauft das keiner aber das ist wirklich eine erklärung die mir sehr schwer gefallen ist weil mir die dauernde erklärung naja angst ja wie es ist eine pandemie der angst und die leute lassen sich die schafe in den stall treiben und da ist aber der wolf oder der schäfer keine ahnung die hat mir nie ganz ausgereicht vielleicht weil ich selber nicht ängstlich genug bin oder in dem fall und das kann doch nicht also wie kann man denn so ich höre doch nicht tagesschau und hab dann angst also in dieser form aber es gibt glaube ich andere hinweise noch darauf und das ist eben dieser kult charakter der natürlich auch viel mit angst zu tun hat aber viel viel mehr auch mit zugehörigkeitsgefühlen und status status im wohl sagen sie noch mal eben was hat es mit dem kult so heißt ihr buch was hat es damit aus sich ja es ist eigentlich ist es ja eine beobachtung die man in gewissen szenen schon lange auch gewissen kreisen zuschreibt also das ist wirklich aus der verschwörungstheoretischen szene sagt man ja die machtelite hat einen kult ja die die treffen sich auch und haben auch kult outfits an und machen kult rituale das ist hier gar nicht gemeint sondern es hat diese massen den massenhypnoten charakter der dazu übergegangen ist dass die menschen sich gerne mit dieser seite identifizieren und das war auch etwas was ich schwer für mich war das sehr schwer zu begreifen wie kann man sich mit dieser seite identifizieren die doch so lebensfeindlich ist den kindern gegenüber wirklich den schwachen der gesellschaft gegenüber und auch dem eigenen eigenen vitalität und so weiter ich wiederhole hier wirklich viel was was wir alle schon seit zwei jahren sagen aber wie kann man denn diesem diesem kult irgendwie zusprechen der ein jahr kastei und an dem man sich irgendwie etwas verbieten muss ja und da ist vielleicht auch schon der schlüssel drin je härter man sich strafen lässt desto stärker ist die verbindung und die 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 emotionale bindung zu zu dem der dich straft stockholm syndrom sei hier werden aber auch von ganz also ganz normalen sekten und auch von sagen wir wie die flaggelanten damals oder eben leute die sich kasteien aus religiösen gründen das hat ja nicht nur einen transzendenten wert ich zeige es dass ich gottesgläubig bin dem da oben sondern eben auch einen der wiedererkennung und einen der der bindung an die ideologie und die ideologie ist meines erachtens der der kult der also der die diesen kult inhaltlich ausmacht und dem die menschen nolenz wohlens oder nee also schon wohlens aber mehr oder weniger wissentlich unwissentlich folgen jetzt bruchern was besagt diese schweigen ist das wirkliche sprachlosigkeit oder ist das eine heimliche zustimmung darf ich ein bisschen weiter ausholen und diesen kult aspekt noch bringen weil wir sind so viele dinge kommen immer wenn man mit gunnar spricht das ist so inspirierend ich glaube wir müssen die gemeinsamkeiten und die unterschiede zum religiösen kult noch ein bisschen herausarbeiten jetzt in systematischer hinsicht das bruder hat das buch geschrieben damit ich es nicht mehr schreiben muss da steht alles drin was zu sagen ist ich kann es wirklich empfehlen ich habe es gelesen und durfte auch ein paar zeilen ins vorwort schreiben das sind wirklich kleinigkeiten ich glaube wir haben es eigentlich seit spätestens beginn des 20 jahrhundert mit etwas zu tun was man damals als metaphysische obdachlosigkeit benannt hat nämlich die die einsicht dass es nichts auf sich hat mit dem menschen und dass es nicht auf sich hat mit der welt das ist dann mit nietzsche als nihilismus geführt worden und war zunächst mal eine intellektuelle diagnose die dann aber in der lebenswirklichkeit der menschen auch spürbar geworden ist durch ein gefühl von sinnlosigkeit depressionen erschöpfung und diese ganzen geschichten die wir beobachtet haben bernhardt und so weiter haben von dieser vakanz erzählt also von diesem großen vakuum dass da nichts mehr ist was all den vollzügen die wir täglich vollziehen routinemäßig irgendwie sinn gibt und im unterschied zur religion der ich durchaus was abgewinnen kann die auch elemente von befreiung in sich trägt dass diese askese und diese moral aspekte eigentlich dem wohl des menschen dienen und den menschen auf etwas hin orientieren was ihn aus seinen soziologischen gefangenschaften und politischen unterwerfungen befreit ist sozusagen nur noch der rumpf des soziologischen und politischen übergeblieben und vor allem die macht struktur des kultes als als mittel der zusammenführung von menschen und sie zu zwingen ist übrig geblieben und insofern haben wir echt so zombie figuren von askese ist eine askese die nicht mehr um den leib und um den verzicht um das verzichtwillens weiß sondern die aus dem überdruss der sinnangebote heraus den als den verzicht pflegt und wir haben einen moralismus der selber auch wieder abgekoppelt ist von jeder frage der ethik und als hypermoral gewissermaßen amok läuft und dieses diese beiden elemente verschränken sich jetzt zu seinem element der realitätsferne das hatte unter frank mir noch mal sehr deutlich gemacht in einem der letzten gespräche die wir auch vor der kamera zusammen hatten wo er sagt es sozusagen auf dem ticket des moralismus kann man heute gesellschaftliche karrieren machen wo man früher so etwas wie wahrheit gebraucht hätte oder sowas wie wie redlichkeit als personale integrität kann man heute auf dem wege der moral und es ist immer auch die moral die man als waffe gegen anderen nutzen kann sehr sehr weit kommen was dazu führt dass man aber einen geborenen feind hat und dieser geborene feind das ist derjenige der sich irgendwie auf die sache versteht und noch die differenz zwischen beurteilen und erkennen zum beispiel aufrechter hält die differenz zwischen moralpolitik wissenschaft und recht irgendwie noch in eine spannung bringt dass die irgendwie alle zusammengehören ist klar aber sie leben eigentlich nur dann wirklich vital wenn sie zueinander gehören das hat eben jetzt auch den sektor des kulturellen und journalistischen erwischt jetzt bin ich bei der antwort der frage nach einem langen umweg man hat sich sozusagen sozusagen als fußsoldat einer moralpolizei begriffen einer 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 sozusagen verkündigungs truppe einer eines gospel kurs des des moralistischen mainstreams der dann plötzlich sich sich breit macht hat natürlich auch sozusagen sein brot von denjenigen bezogen die die noten und die die texte geschrieben haben so dass man eigentlich so eine art opportunistische kultur schickeria herangezogen hat das gilt für den bereich der prominenz der popkultur das gilt aber leider auch für die flächenkultur der theater und so weiter die in diesem rahmen doch sehr homogenes diskursfeld erzeugt haben dass eben diesem kurs dem nicht schon dem kult von dem guna kaiser da spricht doch irgendwie den richtigen resonanzraum verschafft hat und auch das ist nicht verwunderlich das hat sich abgezeichnet man sieht es im nachhinein sieht man sozusagen die vorgeschichte deutlicher also das hat nicht 2015 begonnen das hat mit dem themen migration klima vielen anderen themen auch zu tun und das scheint mir doch ein irreversibler vorgang zu sein weil jetzt sozusagen auch die die gruppendruck konstellation die dadurch entstanden sind den meinungsabweichern und dissidenten das leben relativ schwer macht ins fischer oder jan was sagen sie dazu sie kommen ja aus einer branche liedermacher poet sänger musiker die ja eigentlich sozusagen routinemäßig in einer protesthaltung auftritt und jetzt sind sozusagen alle die mal als punker rocker oder sonst was angefangen haben von den toten hosen bis zu dem wie heißt der kölner der ewige alle alle sind stumm geworden außer jens fischer rodrian und vielleicht noch ein paar ganz wenigen anderen wie ist das zu erklären also hat das was zu tun mit der verfassung unserer kultur also dass sie sozusagen eine jahres aus verlegenheit sage ich mal staatskultur eine förderkultur ist eine sehr gute frage ich stelle mir die frage seit fast zwei jahren und bin noch nicht zu keiner finalen antwort gekommen ich kann nur sagen es gibt sicherlich nicht nur ein grund ich habe viele kollegen die sind eher so im nischenbereich unterwegs die haben ganz große angst die publikum zu verlieren ganz klar die wollen diesen spagat nicht gehen dass sie sagen sie äußern sich und und ich kenne viele die klare meinung zu dem thema haben sich aber nicht auf die bühne stellen würden und das sagen sie sind ganz klar in ihrer abgrenzung dass sie sagen die kunst ist mir so wichtig überhaupt in irgendeiner form performen zu können ist mir so wichtig dass ich meiner überzeugung jetzt da nicht freien lauf lasse ja es gibt sehr viele künstler die sowieso nie so politisch waren zum beispiel so ist jetzt jemand da bin ich jetzt nicht überrascht dass da nicht so viel kommt er hat schöne texte geschrieben aber die waren die politisch groß das waren so gesellschaftliche beobachtung es ging sehr aus der ich perspektive heraus und ich habe ihn oft live gesehen ich kenne ihn auch persönlich ein sehr sehr netter mensch das ist aber nicht jemand von dem ich jetzt erwartet hätte dass da was kommt außer vielleicht außerhalb der der aufführenden kunst in statements oder sich überhaupt zu leuten zu bekennen die anders denken wie der große maße der künstler dann gibt es künstler bei denen bin ich natürlich massiv überrascht und auch wahnsinnig traurig ich war ja selber mit konzern wecker so lange unterwegs wir sind immer sehr sehr eng befreundet gewesen und er ist nun der künstler der eigentlich all das vorausgesagt hat was jetzt passiert also wenn jemand sehr früh schon die die übernahme oder die die diktatur der konzerne besungen hat und das auch auf sehr poetische achten weise dann war er das ich glaube dass die gründe warum er sich diesbezüglich nicht zu äußern wie ich mir das zumindest in meiner welt wünschen würde ja ist sicherlich ein ganz anderer wie bei einem anderen künstler der sich politisch nicht überhaupt jemals aus dem fenster gelehnt hat ich glaube konstantin hat sein leben damit ein großteil seines lebens damit verbracht mit ganz klare trennung zu rechts zu haben jetzt kennt er selber ja das framing und er weiß was passiert auf einer demo ich weiß ich habe gespielt hat gysi hat gesprochen gegen die großmacht der banken und dann waren da ein paar kleine ausschreitungen dann wurde natürlich nur darüber berichtet und nicht über den inhalt des tages er kennt diese art von framing und trotzdem glaube ich dass das jetzt so schnell so massiv und so gut orchestriert war wie diese rechtsfreude angefangen hat dass er vielleicht erst mal damit kann ich jetzt erst mal gar nichts zu tun das ist mein lebenswerk 40 50 jahre viel riskiert auch gegen rechts und jetzt muss ich sagen viel riskiert natürlich er kennt das er weiß wie das ist wenn man wirklich zu den leuten gehört die irgendwie ausgestoßen werden jetzt ist es natürlich eine ganz ganz andere geschichten jetzt sich zu bekennen heißt wirklich mut zu beweisen und ich habe konnte den schon als mutigen menschen kennengelernt und es gibt vor allem eine sache die ich denke die bei ihm passieren könnte und das wäre wahnsinnig schön wenn ich das erleben dürfte weil er ist einer von den menschen die die in der lage sind zu sagen ich glaube ich lag falsch die sich auch nach längerer zeit noch berichtigen können oder sagen können ich glaube ich habe hier was übersehen hat dieses schöne buch geschrieben die kunst der scheitern zum beispiel also er ist jetzt keiner der recht haben muss er hat auch kein problem meine meinung zu ändern sagen hey wird es nie vergessen wir haben auf einer demo gespielt er war nie für hip hop zwar nie sein ding und dann hat er gehört was max herr oder irgendjemand hat er gehört auf dem konzert auf dem er gespielt hat eben auch ein hip hop künstler und dann schaute er mich so an sagte wow hat es lange gedauert bis ich das verstehe aber vielleicht ist diese art von hip hop die fortführung der poesie das sagte er mit über 70 und da dachte ich mir ich habe das heulen angefangen vor freude weil ich das gibt es ja nicht seit zehn jahren rede ich an ihm hörte mal die künstler an die hip hop sehr sehr laut und auch sehr 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 kluge sachen sagen und auf einmal hatte er selber dieses erlebnis und hatte kein problem das so zu teilen und deswegen gibt es so leute wie konzini wo ich denke ich kann mir nicht vorstellen dass er nicht weiß was jetzt gerade passiert und deswegen hoffe ich einfach dass da noch was mit ihm passiert ja und hoffentlich in unsere richtung weil es gibt viele leute die er unglaublich schätzt die sind ja so kritisch wie wir vieles jetzt vielleicht sind jeder auf seiner anderen weise drewer man weiß ich den verehrt er sehr gerald hüter andere leute und ja ich hoffe es gibt da wirklich ich könnte da jetzt stundenlang überreden ich erspare ich das aber ich kann nur sagen es gibt keine eine antwort auf diese eine sehr simple und sehr wichtige frage woran liegt es ich glaube es gibt sehr unterschiedliche gründe ich habe mich immer wieder dabei dass ich leute dabei erwische dass ich in eine frage stelle sie mit etwas konfrontiere und das kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus dem alltag auch nicht nur mit kollegen sondern wo dann plötzlich diese wand runter geht und du merkst ich habe den gerade verloren obwohl ich ihn mit seinen eigenen quellen gerade versuche irgendwie also wir kennen das also ich habe da keine finale antwort drauf ich habe den protest noten das jetzt ja auch dass ich jetzt gerade fertig habe versucht ein bisschen der sache auf den grund zu gehen ich bin noch nicht an dem punkt wo ich sagen würde ich habe da eine finale antwort ich bin gerade von dieser beobachtung so hingerissen und denke wenn man schon die gelegenheit kaiser zu fragen hat sollte man von der auch gebrauch machen ich finde dieses phänomen sehr sehr spannend dass diese ganze ich sag jetzt mal salon linke kulturengagement clique ist ja es zu keinem gelegenheit auslässt sich als mutig und zivil couragiert zu demonstrieren indem sie etwas unglaublich oder so ja das sowieso aber auch indem sie es als mutig stilisiert sich kritisch über die afd zu äußern wir wissen sofort was es bedeutet kritisch über die afd zu sprechen denn man ist sofort einer sozialen inklusion ausgeliefert der man sich nicht entziehen kann man kriegt nämlich einfach von allen seiten und es ist im grunde das ist sozusagen die erfüllung des des narrativs ja und das ganze dann aber als zivilcourage und programme gegen rechts und auch als politische kramme programme der demokratie förderung also wenn ich jetzt höre dass macron sich hinstellt und sagt das kostbarste gut dass die europäer zu verteidigen haben seien der rechtsstaat und die demokratie und er wolle seine eu-präsidentschaft von der gebrauch machen dann kriege ich angst und bange weil er nämlich genau diejenigen die dafür stehen in fortan bekämpfen wird diese perversion also sozusagen ich glaube das hat mal ulrike giroh formuliert dass es immer so ein kritik monopol von der linken seite gab und plötzlich ist die substanziellere kritik die in der sache gerechtfertigt und auch intellektuell noch subtiler ist plötzlich von der konservativen seite oder die liberaler oder die liberaler und das kann nicht sein ist das noch im rahmen des kult phänomens zu beantworten herr kaiser oder ist das tatsächlich alles ja ich denke auch wir müssen dieses buch jetzt das ist ja die bibel alles damit erklären und wer sich dagegen wehrt der hat halt widerstände und abwehrmechanismen der sieht den kult halt nicht das ist sehr praktisch ich wollte halt noch hinzufügen hat also ich stimme dir natürlich wie immer zu und sage also dass das das perverse im sinne von umgedrehte ist ja das auch von der konservativen seite eben die freiheitlicheren liberaleren forderungen kommen die angst vor dem mächtigen staat vor der 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 eingreift ins privatleben jetzt boris johnson hebt das auf das war doch eben oder der ist ja rechts also der offensichtlich interessieren die menschenleben nicht man muss sich dann flüchten in sowas ja die sind halt einfach nicht ethisch so auf auf der höhe dass das sie sich um menschenleben kümmern also die in wirklich in dieser plumpheit des arguments und mir ist heute der gedanke gekommen weil ich heute morgen das glück hatte dieses unglaubliche lautabach zitat also hat er wieder was gesagt ja also wenn du das jetzt wirklich dass er sich selber übertrifft hätte ich nicht mehr gedacht es ist ja wirklich ach sehr die theorie des liberalismus in hinblick auf die impf entscheidung ja genau und da dachte ich also um für diejenigen die das jetzt erst in ein paar jahren hören es handelt sich um das zitat es wird ja hier keiner gegen seinen willen geimpft und selbst die impfpflicht führt ja am schluss nur dazu dass man sich freiwillig impfen lässt also peak orwell kann man sagen und ich habe da länger darüber nachgedacht wie über alles was lautabach sagt und bin zu dem schluss gekommen dass mein problem und ich würde von der ferndiagnose dass ihnen auch meine herren zu zu sprechen erst mal ist diese verkopftheit oder dass wir so philosophisch da da was dahinter sehen wollen also das geht mir nicht bei lautabach habe ich es noch gerade darüber hinweg zu sehen aber es geht mir bei vielem so was aus diesem narrativ kommt nicht was verstehe ich denn hier nicht wie um wie viele ecken muss ich denn denken weil wir das gewohnt sind von irgendwelchen büchern ja da haben wir der löse gelesen und roland bacht und so ja also alle finden das sehr klug da ich finde dass es schwachsinn also ist es meine aufgabe noch dahinter zu steigen um das ähnliche gefühl habe ich jetzt bei lautabach auch und ich und das ist aber mein fehler glaube ich es ist nichts dahinter und man und diejenigen nicht löse und levinar und so gelesen dann nehme ich noch aus aber die den studierter haben die haben das schon viel für die können viel früher auch mit den axeln zurück und sagen das ist ja wahnsinn oder die sagen ja das ist eine show so die da hinter gucken und wir haben dieses dass das die begriff auch oft dass wir das ist ja eine einzige schüt show mit verlaub und wir warten bis der vorhang fällt oder aufgeht oder so und und eigentlich wäre es schön das genießen zu können aber ich kann mir weil ich den guten willen habe den anderen zu unterstellen dass sie etwas dabei denken bei dem was sie sagen das nicht abgewöhnen zu sagen irgendwas habe ich noch nicht richtig verstanden ich muss noch mehr lesen noch mehr studien noch mehr wie kann denn eine impfpflicht zu einem freiwilligen impfen führen und so weiter und sich da habe ich dann wirklich ein bisschen so eine gefühl der der apotheose gehabt heute und gesagt nee wenn du dich jetzt zurücklehnst und sagst es ist wirklich nur eine show die wissen dass vielleicht nicht unbedingt alle so ein lauter wachte ist aber dass die da sind und dann hatte ich auch noch das größte glück mir so ein best of anna baerbock heute an alena baerbock anzuhören dass diese menschen dort sind ist doch ganz klar ein hinweis darauf dass das hier eine show ist die eigentlich sehr witzig gemacht ist ein bisschen unrealistisch aber sehr witzig und wenn man das vergisst dass man den anspruch hat dass das intellektuell verstehen zu wollen und dann also die diese oberfläche intellektuell verstehen zu wollen und dann da drunter zu gehen und zu sagen aber was was geht hier eigentlich ab warum warum geht es warum wird diese show abgezogen dann ist es ein bisschen befriedigender also sie sagen mit der lauter macht diskutieren hat keinen sinn dass man wird das nie gewinnen können man wird das nie schaffen man muss darüber nachdenken was woher kommt die figur her was will der also jenseits dessen was er an der benutzter oberfläche von sich gibt und dann ist ja aber das erstaunliche es ist also viele sagen klar bauterbach und und sie das sagen klar und so weiter aber dann höre ich oder erst mal sehe ich ein bild wie in ich glaube es ist in minoriten in der minoritkirche in dem café in köln woher lauterbach und herr precht zusammen sitzen im vertieften gespräch also ein mensch der wirklich viele bücher schreibt und die haben unterhalten sich über über philosophische dinge und dann äußert sich ein marcus gabriel ja professor doktor wirklich sehr renommierter junger philosophie in deutschland und sagt er hält von lauterbach philosophisch mehr als von precht glaube ich also die monumental maßstäbe philosophie geschichte die gegeneinander ausgespielt werden und das ist doch marcus gabriel dem habe ich auch schon mal ein interview geführt also wirklich mit dem kann man sich intellektuell aus und dann verstehe ich die welt nicht mehr dass er von intelligenten menschen da hoch gehoben wird dass das verstehen das beispiel precht ja der hat sich glaube ich wenigstens ein bisschen auseinandergesetzt bei dem rest unserer zunft habe ich den eindruck die tauchen ab sie wollen es nicht wissen also es gibt ja genug möglichkeiten also sie wollen gar nicht hören was wir zu sagen haben oder was es möglicherweise zu beanstanden gibt also ich versuche das immer durch introspektion also wie geht es mir ich hätte dazu nicht das maul halten können nicht weil ich mich zum retter berufen fühle sondern weil ich einfach das durchdringen will was ist das und so hat man mal angefangen das kritik zu äußern und ich habe sogar noch geglaubt das würde ein dialog auslösen das ist saukomisch das ist es nicht aber ich habe den eindruck die leute dieses schweigen ist einfach auch eine eine mauer der ignoranz also die kennen keine argument bei precht würde ich sagen der hat sich mit ein paar sachen auseinandergesetzt er hat am anfang ja auch mal was ganz anders gesagt und dann schnell gemerkt das kann teuer werden obwohl es eigentlich nicht mehr nötig hätte aber trotzdem wie ist das mit dem mit diesem abtauchen dem intellektuellen abtauchen und sagen das ist nicht mein berät ich bin kein virologe oder oder so ein quatsch ja da wollte ich auch eben noch was in bezug auf jens was er über konstantin becker und andere gesagt hat hinzufügen wir können ja fast dankbar sein über leute von denen wir vielleicht eigentlich erwartet hätten dass sie sich melden die sich aber nicht zu weit aus dem fenster lehnen wollen weil sie noch einen gewissen zweifel haben um sich dann ein hintertürchen offen zu lassen wie man das charakterlich auch bewerten mag aber wenn sie dann hinterher sagen ja mir war immer schon komisch dabei und da habe ich mal nichts gesagt ja geschenkt kommt dann in die geschichtsbücher und das scheint mir auch bei einigen der fall zu sein die sich da einfach nicht aus dem fenster lehnen was man ja auch immer wieder hört nicht nur in intellektuellen kreisen sondern zum beispiel heute war ich immer im krankenhaus hatte so ein paar termine und da sagte mir erst die sekretärin sind sie nicht gunnar kaiser oh ich dachte nicht dass man mich hier kennt doch doch ich bin kritisch aber ich bin hier die einzige dann ging ich ins ins sprechzimmer da die assistenz ärztin sagte sie haben doch einen youtube-kanal ja ja ich bin kritisch aber ich bin hier die einzige und dann habe ich mich mit und vor zwei tagen noch ein pfleger ja ja ich kenne ihren kanal und also sie sind ich sagte sie sind nicht die einzigen sie wissen nur nichts voneinander und alle oder eine sagte dann na ja wir wollen wir können nicht unsere unsere karriere jetzt hier aufs spiel setzen indem wir das so äußern und das ist ja in sehr vielen das haben wir angesprochen fällen so und dann muss ich sagen dann ist es mir ich weiß nicht ob es mir lieber ist ach ich weiß das könnten wir mal diskutieren wer ist uns da nicht lieber jemand geht voll den totalitären weg den coronazi weg und sagt ich bin dafür überzeugt und geht den gibt diesen oder jemand der sich so ne so lau warm ich meine jesus antwort wäre deutlich gewesen aber vielleicht ist unsere anders ganz ganz wichtige sache die du gerade ansprichst weil ich denke die zeit wird knapp für die leute die jetzt lange geschwiegen haben ich denke am anfang konnte man da vielleicht noch mitgehen man konnte sagen okay da ist die vorsicht da der eine will sein publikum nicht verlieren mittlerweile sind wir an einem punkt wo es sagen würde jemand der sonst vor 100 bis 150 leuten spielt wird dann sowieso auch vor weniger leuten spielen weil sehr viele leute werden ihm das auch übernehmen was da passiert ist dass man nicht klar farbe bekannt hat also ich glaube auch da also meine geduld wird de facto ich merke noch im alltag auch bei mir im theater ich bin da einer der wenigen die so ticken wie sie ticken und gott sei dank ist mein kreatives umfeld hier im theater ist ähnlich gestrickt und wir haben einfach das gefühl also es gibt solche und solche aber wir haben einfach klargemacht und das ist eine sehr kluge entscheidung des theaterleiters gewesen wir werden hier im theater über das thema nicht sprechen wir wollen hier was anderes machen und das ist okay es gibt auch sehr sehr gut funktioniert sehr gut aber rein persönlich gibt es kollegen wo ich einfach sagen ganz simples beispiel die wissen ich gehe bei 2g nicht auf die bühne das heißt ich bin seitdem wir 2g machen müssen dazu gezwungen worden sind hier im theater 2g publikum nur einzulassen habe ich gesagt ich gehe nicht mehr auf die bühne ich lasse mich vertrag unterstufen und ich mache alles hinter den kulissen auch um die arbeitspläne und neue stücke aber ich gehe nicht mehr auf die bühne ich will nicht von einem ausgewählten publikum spielen und natürlich ist es dann so das geht ja immer weiter du kommst nicht mehr den einzelnen und 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 es gibt so viele kollegen die anders ticken aber mit denen ich eigentlich ganz ganz tight bin und dass da mal so moment kommt wo jemand sagt sagt mal wir haben weihnachten du kannst gerade gar nicht geschenke einkaufen gehen soll ich mal irgendwie soll ich mal für dich losziehen soll ich mal was für deine kinder holen oder wie auch immer dass das so taub geworden ist das gefühl da irgendwie bezug herstellen zu können zu den leuten die jetzt wirklich unter diesen unter diesen einschränkungen leiden ja und ich würde jetzt sagen es gibt leute im alltag die die wollen da einfach nicht hin also auch leute mit denen ich künstler nicht zu tun habe aber gerade die künstler die man auch so eng zusammenarbeitet diese sensibilität nicht mehr im moment zumindest nicht haben das hat mich wirklich richtig das hat mich fast am meisten getroffen das war diese frage hey du kannst nicht mehr ins restaurant gehen soll ich mal kochen für euch habt ihr mal bock vorbeizukommen wollen wir mal ein restaurant also das ist eine sache wo ich sagen muss dass es gibt leute da habe ich hätte ich sowieso nicht damit gerechnet sonst gibt es leute wo ich mir dachte warum ist das schade dass nach 15 oder 18 jahren fast an einem punkt ist man sagt naja vielleicht waren es doch nicht so intensiv und so ähnlich wie ich gedacht habe und trotzdem erlebt ja der kult von der erlösungsverheißung er hat ja eine zielperspektive eine apokalyptische drohung und eine erlösungsverheißung wenn man es ein bisschen trivialer macht wenn ihr alle mitmacht kriegt den bonbon dieses bonbon wird aber immer vorgehalten wie dem esel die möhre immer schön auf demselben abstand wir erreichen ihn nicht das heißt selbst wenn ich mich jetzt also ich weiß ich glaube wann gilt man als geboostert ich also ich glaube wenn man es gibt sieben verschiedene möglichkeiten geboostert sein ich glaube sogar dreimal genesen gilt auch als geboostert ich bin mir nicht ganz sicher es gibt kein bonbon und die leute merken dass sie sich also brav kasteit haben und den schmerzgürtel getragen und auch ihre nachbarn der inquisition ausgeliefert haben haben sie alles gemacht aber das erlösungsversprechen stellt sich nicht ein und das führt manchmal zu zweifeln am kult oder zum gegenteil zur intensivierung der praktiken denn man hat offensichtlich nicht ausreichend davon getan und auch gerade die 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 künstlerinnen und künstler haben sich ja in den gesinnungskorps eingereiht und gedacht wenn wir kräftig mitsingen dann wird man uns retten aber auch da bleibt das bonbon aus denn der kultursektor stirbt er stirbt an der hygiene oder er stirbt an der hygienekritik und da hilft es dann auch nicht mehr wenn man sich selber zur aufführung bringt deshalb würde ich mir wünschen dass wie du das so schön gesagt hast ja wir machen mal was anderes hier außer politik das würde ich mir sowieso wünschen dass sozusagen nicht mehr gesinnungslautsprecher da als kultur sich ausgeben sondern wieder ein verhältnis zur kultur von mir ist auch zur kritik oder jedenfalls die möglichkeit die kulturellen möglichkeiten der kultur auch noch mal nutzen trotzdem muss ich dem dem gunner immer noch nachgehen in hinblick auf sein seine exegese des des hohen priester wortes lauterbach in hinblick auf die widerspruchheit des der der impfung dass ich selbst den impfzwang aus als freiheit vollziehe auch da haben wir ein instrument oder ein element des kultischen tuns nämlich der umgang mit widersprüchen seit der griechischen antike ist eigentlich was sich widerspricht falsch der sagt vom widerspruch bei aristoteles schon benannt also wenn entweder das eine behauptet oder das eine behauptet und gleichzeitig in abrede gestellt wird kann nicht beides gleichzeitig wahr sein möglicherweise ist beides falsch aber zumindest eins von beiden ist falsch die religion geht ein bisschen entspannter damit um sie schafft es die widersprüche zu integrieren in dem satz credo quia absurdum ist ich glaube es weil es sich widerspricht und um und gewissermaßen dadurch mich herausfordert das heißt die widersprüche sind kein einwand gegen die mächtigen die die wir jetzt stark machen können also wir können es durchgehen und sagen der widerspricht sich das muss ja falsch sein dass es blödsinn sondern es ist eine waffe gegen die schwachen es ist eine unterdrückung mit der der kult operiert um die leute in eine intellektuelle dissonanz zu bringen die das nicht nicht ausführbar macht und ich habe ich weiß noch dass ich sehr begeistert einem radiobeitrag des öffentlich-rechtlichen rundfunks der wdr glaube ich heißt er hier in nordrhein westfalen lauschen durfte wo den menschen geraten wurde in anbetracht der dynamischen lage und der großen ungewissheit nicht etwa ihren verstand zu bemühen ohne die anleitung eines anderen sondern ambiguitätstoleranz zu lernen das heißt umgehen können mit widersprüchen das heißt richte dich ein indem dass der blödsinn erzählt und das eine ist das einrichten und ertragen das andere ist das verehren der widersprüche und da sind natürlich die postmodernen denker vorreiter gewesen wir haben die hohen priester der widerspruchsverehrung an den universitäten herangezogen und den politikstil haben wir jetzt eingelöst durch die neue bundesregierung ich würde sagen eine große erfüllung die ankunft des himmelreiches steht unmittelbar bevor und jetzt ist es ja so lieber jens fischer rodrieren sie kommen ja gerade aus dem theater nein sie sind gerade in einem theater und zu wenigstens meiner überraschung ich denke auch ihrer überraschung ist ja ein gröppchen hervorgetreten von denen ich es am aller allerwenigsten erwartet hätte nämlich die schauspieler mit ihrem alles auf den tisch und alles dicht machen waren die die sachen das immerhin fand ich nun hoch bemerkenswert es war ja ein eher spielerisches hinterfragen einiger sachen und vor allen dingen ging es darum das ist dass leute die also von leisem zweifel belegt sind kriminalisiert und pathologisiert werden das war das thema dieser leute und was passierte die wurden natürlich sofort kriminalisiert und pathologisiert es gab hinreißen sie in dem von ihnen schon genannten wdr interviews mit dem einem der protagonisten dem münsteraner rechtsmediziner wie heißt er jetzt ihr wisst schon also in dem tatort krimi und dann gab es auch und das hat mich geradezu erschüttert einige der kollegen die haben zurückgezogen es muss also ein immenser druck gewesen sein der also man hat sozusagen vorgeführt wie man mit denen umgeht die das maul eigentlich so bescheiden und so lustig ironisch aufgemacht haben wie die abgestraft werden war das sozusagen das schöne exempel ja eindeutig weil das war ja genau die schauspieler die sich erfolgreich am sonntagabend in den wohnzimmern breit machen das waren die meisten leute erreichen viele tatort darsteller und ich habe die aktionen abgefeiert ich fand die toll ich habe auch sofort ein kleinen dankes video gemacht weil ich das mutig fand dass es es hatten für mich persönlich hat es lange gedauert bis sowas kam aber wenn man sowas natürlich organisiert mit 53 kollegen dann dauert es seine zeit das muss gut geschrieben gut gefilmt sein deswegen totales verständnis immerhin kam es und es kam mit einer wucht und es hatte eine wucht in alle richtungen ein phänomen habe ich beobachtet das fand ich sehr spannend selbst die leute die eigentlich eher auf den trip sind dass sie die regierungsmaßnahmen okay halten waren entsetzt darüber wie mit den leuten umgegangen ist also es ging gar nicht so darum dass sie gesagt haben ach ich fand die jetzt gut oder mich haben die amüsiert sondern es ging eher darum das geht gar nicht dass so leute in die rechte ecke gestellt haben also man hat auf alle fälle eines damit bewirkt auch bei den leuten die regierungstreu sind dass eine aufmerksamkeit dafür geschaffen wurde dass hier mit absolut unlauteren mitteln gehandelt wird dass man hier irgendwie leute in eine ecke stellt in die sie nun mal gar nicht gehören und jeder von den leuten die das gesehen hat die gerne tatort sehen hatte seinen heimlichen star in dieser runde da waren ja wirklich sehr sehr viele in der ersten runde dabei ich fand es schön dass es jetzt noch eine zweite gab wo es dann eben eher in die ernsthaftigkeit ging wo man sagte ein schauspieler oder ein musiker ist mit einem experten im dialog für 20 minuten ein thema so bin ich zu der aktion gekommen meine frau auch wir sind beide angefragt worden ob wir da mitmachen würden und meine frau alexa rodrigan hatte dann den steffen rabe im gespräch und ich war mit johann kirchhoff den ich über wunder kennengelernt hatte in gespräch über den verlust der freiheit und wie die themen dort abgehandelt worden sind war jetzt hat noch mal was ganz anderes versucht und zwar einfach in die richtung zu gehen dass wir sagen es geht nicht um ironie es geht auch nicht darum dass wir das ganze jetzt schauspielerisch betrachten sondern wir gehen ins gespräch wir wollen einfach zeigen hier gibt es leute die werden nicht gehört hier gibt es leute die kommen sogar vielleicht aus dem mainstream ist das ist ja sogar eine cdu ehemalige ministerin dabei gewesen und dann auch leute die man schon aus der alternativen szene kennt eine gute mischung mich hat es beim zweitens fast mehr überrascht wie darauf reagiert worden ist weil wenn leute wirklich persönlich massiv jetzt getroffen sind oder eine wahnsinnige angst vor diesem virus haben warum die auch immer da ist angst ist subjektiv und ist für den der sie hat furchtbar also ob die jetzt nur wie gefährlich das virus spielt für den für die person keine rolle und wenn jetzt jemand sagt ich konnte damit nichts anfangen ich habe selber irgendwie jetzt im einen bekanntenkreis hat jemand wirklich sehr sehr schweren verlauf gehabt und der meinte ich kann mit dieser art der der leichtigkeit oder mit dieser art ironie nichts anfangen das ist nicht meins okay geschenkt aber nachdem es in der zweiten aktion eben darum ging zu sagen hey wir wollen an der aufklärung teilnehmen alle an einen tisch es geht auch gar nicht darum dass da jetzt nur die leute sind die sagen wir sind alle komplett gegen kämpfung und sondern wir wollten es sollte differenziert in irgendeiner form aufgeklärt werden da war ja die reaktion fast also ich habe sie zumindest als genauso heftig wahrgenommen und da habe ich das erste mal für mich so gespürt okay der ritt wird wesentlich länger als ich dachte ich hatte wirklich kraft nach anderthalb jahren sind wir vielleicht durch und jetzt denke ich mir bin ich erst mal froh dass wenn wir irgendwie durch diesen winter kommt diese graue zeit dieses graue berlin gerade ist echt unerträglich vor allem diese stadt zu enttäuschen gerade es passiert wieder ein bisschen was durch diese montags spaziergänge aber nach spätestens nach diesem großen große diese tragödie von pfingsten in berlin dieses event das nicht stattfinden konnte habe ich das gefühl gab die luft war raus und deswegen ist berlin echt taff gerade im winter grau und dann diese stimmung ist nicht schön ich hoffe da kommt wieder ich habe das gefühl da kommt noch mehr ich glaube dass der frühling auch die leute wieder ein bisschen irgendwie raus drücken wird die jetzt so im winter schlaf sind oder die jetzt auch einfach nur wirklich versuchen psychisch in diesen winter zu kommen ich merke es ja selber ich bin echt erschöpft ich habe das in dem buch so kurz beschrieben es fühlt sich an wie so eine so eine so eine schicht in der voll besetzten kneipe und du wartest sehnsüchtig darauf dass um 18 Uhr die ablöse kommt und die kommt nicht aber die kommt auch nicht um 20 uhr sondern die kommt einfach gar nicht sagst du mal in welches buch das ist ich habe bin gerade auch mit einem buch fertig das heißt protestnoten die armada der irren und da beschreibe ich anhand so meiner meines weges der letzten zwei jahre wie ich die aus der sicht des künstlers wahrgenommen habe und es ist die lyrik von dem album drin das gerade rauskommt das heißt auch protestnoten und da sind ganz viele verschiedene künstler darauf die sich äußern das lö von 17 bis dabei gunnar ist mit einem sehr schönen text dabei den ich vertont habe wo der bruder ist dabei alexa oder mit dabei sabrina halil und ich bin mit vier songs dabei und die kommt jetzt ganz bald raus man fragt sich warum man nicht dabei ist jetzt schon das zweite album dann schicke ich dir mal ein paar texte und wir müssen uns beeilen dass wir unsere also gut sein buch könnte auch ein bisschen spät kommen also wenn wenn dieser ganze mist zusammenbricht bevor er bei dem buch rauskommt ich meine wir müssen jetzt im grunde eher daran mitarbeiten dass das zeug noch ein bisschen hält ich habe ich habe das auch bröckelt gerade so ein bisschen durch diese hier ist lauter wache er hat ja auch gesagt wir müssen aufpassen dass uns das nicht hier zu früh irgendwie verschwindet wir brauchen wir brauchen das ich gestehe ich bin auch in informellen gesprächen mit ihm über die fortsetzung der pandemie mindestens bis in den sommer hinein denn für unsere projekte alle noch zu ändern ich frage sie jetzt mal wie war das für sie existenziell diese zeit also ab nicht meine nicht ihre psychische sondern sie leben von auftritten sie und sie konnten nicht wie haben sie das durchgestanden und wie geht es den kollegen ja also ich hatte wahnsinniges glück weil ich ja hier am theater fest engagiert bin und hatte das glück durch mit kurzarbeit durch die zeit zu kommen das war rein finanziell ging es uns okay wir mussten uns einschränken na klar aber das war jetzt absolut machbar also das wäre jammern auf sehr hohem niveau wenn du hier eine zeit lang arbeitest als als musikalischer und künstlerischer leiter und dann auf kurzarbeit bist dann hast du natürlich einfach mal so ein polster das ist dann du konntest eh nicht viel geld ausgeben man konnte nicht viel machen ich habe er dann haben wir angefangen für leute zu sammeln ich habe einen freund zum beispiel architekt der einer der ersten der die wir letzten häuser in keuzberg mit ausgebaut hat der ist sehr erfolgreich hatte irgendwann mal gemeint du jens ich möchte irgendwas geben ich weiß nicht genau wie ich es machen soll sagt er gibt mir einen tippe sag ich da möchtest du künstler unterstützen möchtest du clubs unterstützen oder festivals und da sagt er am liebsten alles und dann hat er drei clubs drei festivals und drei privatmusiker wirklich so über die runden geholfen und das waren solche aktionen waren die die uns natürlich auch so moralisch total am leben gehalten haben weil das waren nicht künstler die aber so viel für die kunst tun wollten und immer noch tun ja der hat auch sehr sehr großzügig jetzt bei dem crowdfunding mitgemacht von den protestnoten im album von dem ich gerade gesprochen habe für mich war wesentlich schlimmer dass ich über sehr sehr lange zeit fast über zwei jahre eine tournee aufgebaut habe und mit meinem nischen programm wahn und sinn wo ich so slam promotry mache und auch dazu spiele und so loops baue und so das ist so ein abend der ist so ein bisschen sperrig das ist keiner mit dem man große hallen füllt da bin ich froh wenn ich 500 leute habe und hatte eine wirklich schöne tournee zusammen gebucht und von den 45 gigs habe ich glaube ich ein oder zwei gespielt und das gleiche passierte meiner frau die hat gerade ein wahnsinnig schönes album fertig gemacht und wir waren gerade bei dieses album promoten zu wollen und es sind alle konzerte abgesagt worden bis auf eins in berlin und dadurch fiel das album komplett leider durchs raster was sehr schade ist ein sehr besonderes album und von der seite her ich bin dann wirklich blockiert gewesen ich konnte gar nicht mehr schreiben lyrik war irgendwie war war zu ich habe dann angefangen das erste essai zu schreiben für hinter den stark seien dann kamen die ersten lachen auf rubikon und habe einfach das schreiben der lyrik ersetzt mit dem schreiben von essais und kommentaren und das sind ja auch teil dieses buches protest und deswegen die armada der irren die armada der irren genau ist eigentlich jetzt der haupt der hat jetzt gerade ging so heißt mein zweites musikvideo genau und ja also ich habe es ich musste im endeffekt ausweichen in ein anderes gebiet ich wollte weiterschreiben und ich musste das irgendwann zu papier bringen und auch für mich das ist ein bisschen ist eine sehr persönliche geschichte aber ich meine meine mutter ist an alzheimer gestorben und ich habe seitdem sie krank geworden ist und sie ist eine langzeit überlebende habe ich immer angst gehabt dass ich meine geschichte vergessen könnte und nicht dass jetzt meine geschichte so wahnsinnig wichtig ist aber ich möchte zumindest meinen kindern und meinen enkeln erzählen und und habe dann immer angefangen sachen zu identifizieren ich habe immer programmhefte aufgehoben wenn ich jetzt zum beispiel gespielt habe weil ich dachte keine ahnung wie es mir in 20 30 jahren geht und wenn meine kinder fragen wo hast du denn in new york gespielt und ich kann mich nicht erinnern habe ich diese programmhefte noch so ja und und irgendwie dachte ich ich möchte klar machen egal was mit mir meiner birne passiert in den nächsten 30 jahren ich möchte ich möchte für mich und auch für meine kinder ein dokument haben dass ich auf der seite war von den leuten die gesagt haben ich mache da nicht mit und so waren die essays schreiben aus notwehr möchte ich fast sagen schreiben aus notwehr sehr schön meine ehren wir neigen also ich zumindest neige dazu alles was jetzt passiert ist seit zwei jahren als radikal neu zu empfinden und einzustufen und zu analysieren mittlerweile kommen mir immer mehr bedenken also ich komme ja aus dem journalismus ich habe mal 40 jahre lang für diesen firma namens westdeutscher rundfunk gearbeitet dann haben die mich jetzt rausgeschmissen weil ich unboten mäßig war und also wie die medien reagiert haben auf diese pandemie das hat mich noch mal wirklich überrascht das ist so wie matthias buchert sagt nicht mehr durch irgendeine logik zu erklären und man kann auch nicht mehr mit denen reden es ist zum missionarischen arm der pandemieverwaltung geworden und dann die aller aller elementarsten regeln also sozusagen den schein von journalismus hinter sich gelassen das ist schon neu das gebe ich zu aber wenn ich zurück blicke und ich habe dazu ja einiges geschrieben dann hat sich so zu sagen es gibt eine lange vorbereitung dazu also eine ein vergessen des pluralismus ein vergessen des journalismus der ja nicht nur einfach bescheid wissen muss sondern klug sein muss und wissen dass die realität ein blindflug ist und dass wir sehr vorsichtig damit umgehen müssen was wir wie behaupten und sagen all das hat sich schon angedeutet wie sehen sie das also die die als wir haben es ja vorhin schon gesagt auch in der kultur ist das beflissene das stichwort geben zu dem was gerade beklatscht wird also diese ganzen unsäglichen debatten zu gendern der schriftsteller matthias politiki ist nach österreich ausgewandert weil er das gender nicht ertragen kann und dann ausgerechnet nach österreich das waren alles wichtig wichtige themen aber ist es nicht so dass also zu sagen bölle ist lange tot gunnar kaiser und schampolz sagt der meine lieblingsreferenz wäre es ist auch also solche figuren sind lange verschwunden ich weiß nicht wann es die letzten debatten gab wenn ich mich richtig erinnere war das anlässlich der balkan nato eingriffe da gab es einen heftigen pluralismus in diesem land also da habe es überall die zeit hat da ihren feldherrn hügel aufgebaut der spiegel und die süddeutsche und habermas saß da und ja das war meines wissens das letzte mal danach schon die proteste gegen den irak krieg waren doch sehr still also man war nicht dafür aber so war es halt also vor unseren augen geschehen immenses verbrechen und wer hat keiner mehr richtig darauf reagiert so wie sehe ich das mit der vorgeschichte ist das gehen wir sind wir so unvorbereitet von dem was heute kulturell spirituell ästhetisch passiert oder ist das eine lange lange vorbereitungsphase sich da schön reingeglitten ich würde auf jeden fall erst mal zustimmen dass das dann doch wieder eine sehr neue phase ist denn wenn man sich die geschichte des journalismus anguckte ja eigentlich noch sehr jung ist welche phasen hatten wir denn sagen wir im freien westen wo journalismus wirklich da diese hoch zeit hatte und selbst wenn wir jetzt an die vergangenheit gucken dann idealisieren wir vielleicht und nehmen uns einige köpfe heraus dann vielleicht auch aus der weimarer republik die aber damals vor den vor ähnlichen problemen standen auch nicht alle bejubelt wurden die wir aber heute natürlich gerne als als ja auf das aufs podest heben wollen und um sie um dann ihr erbe zu zu vergessen und vielleicht gab es das noch nie mit natürlich schwankungen in verschiedenen jahrzehnten so dass wir gar nicht den ernst fall hatten und das erstaunliche ist so wie sie sagen dass diese köpfe eigentlich die man jetzt zitieren müsste habermas böll vielleicht auch noch schloter daik dass die so sehr verschwunden sind und keine strahlkraft mehr haben und und es gibt kein intellektuelles kaminfeuer mehr an dem vor dem sich die nation versammelt wie man das auch so etwas idealisiert sagen könnte und da sind jetzt die meinungsführer und da werden wirklich die themen abgehandelt auf die dann die politik auch irgendwie reagiert ja zum beispiel brand oder helmut schmidt so und das paradoxe daran ist dass wir ja heute viel mehr eine medienlandschaft haben und dann auch ein ein visuell geprägtes eine visuell geprägte medienlandschaft und wir könnten diese köpfe noch viel charmanter eigentlich in ihrer atmosphäre in ihrer debattenkultur auch zeigen früher musste man ja tatsächlich noch lesen und man muss die namen wieder erkennen haben ja vor zwei wochen schon mal was gelesen er bezieht sich auf und dann ja darendorf und das das ist zugleich komisch und wie auch vielleicht die erklärung weil die literarizität vielleicht einfach nicht mehr da ist auch eine blöde erklärung die wir seit postman immer wieder haben oder oder schon seit platon die die jugend ist einfach nicht mehr so belesen oder die menschen verstehen es nicht mehr oder wollen es nicht mehr verstehen also vielleicht nicht mal nur literarizität ist es wirklich ein problem des alphabetisierungsgrades sekundäre alphabetisierungsgrades in der bevölkerung und dann gibt es natürlich sehr sehr viel mehr ablenkung ich stelle mir das immer so vor ich war ja nicht dabei aber dass die menschen damals einfach nichts zu tun hatten als außer den einen sender zu sehen wo dann eben auch früh shoppen kamen und früh shoppen und 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 auch die leute sich 60 minuten lang unterhalten haben und zeitung zu lesen und sich darüber gedanken und bücher noch die eltern unter uns erinnern sich vielleicht noch und heute ist das in dem gerauschen da doch wirklich nur noch ein ganz kleiner nebenfluss und vielleicht ist es so simpel zu erklären ich darf ich wenn ich ich versuche ich rede jetzt mal mit sozusagen ich bringe mein eigenes übergewicht in die waage oder lege das auf die waage er erinnert uns an etwas noden mit den enthüllungen von nse das ist ich muss ehrlich sagen wenn das mit zwei jahre vorher jemand mir gesagt hätte ich gesagt kommt verschwörungstheorie hätte ich nicht gesagt weil mir das zu dämlich ist aber ich habe gesagt schalt mal runter jetzt wissen wir eigentlich dass es so eine abhör installation gibt also es gibt die gerätschaft für den totalitarismus und diese gerätschaft ist auch unter strom also die funktioniert eigentlich dürfte keiner von uns jemals ruhe geben auch bei diesen diversen amerikanischen überfällen auf andere länder und sagen das ist elementar er verletzt alles was wir gelernt haben in der schule und was ich persönlich meinem gewissen vereinbaren kann abgesehen davon dass es mir angst hat aber am beispiel snowden also wir wissen das aber wir haben es nicht eingeklagt also wir und ich halte mich jetzt für jemanden der das maul schon aufmacht ich habe dazu auch was gesagt aber ist es gibt keine keine welt in die man das rein sagt und die die sagt es ist unerträglich es ist unerträglich und das problem also ich meine damals war das internet für uns für die meisten von uns ja auch noch neuland und zwar klar abhören unter freunden geht nicht und wir hatten natürlich da eine auch noch ein vertrauen eigentlich in die in die verantwortlichen maternalisierenden figuren des politischen raumes die uns das ja auch durch uns durch diese schwere zeit geschippert haben die frage nach dem neu und dem alt möchte ich noch mal im hinblick auf die alzheimer-diagnose stellen und zwar ich glaube dass wir tatsächlich es zu tun haben können mit einer großen kulturellen amnesie die uns droht naomi klein und und guna geht in dem buch auch darauf ein beschreibt ja eigentlich dass man in dass man in versuchen im mk ultra programm und anderen maßnahmen versucht hat menschen auszuradieren indem man sie durch elektroschocks und die zufügung von von anderen schrecklichen ereignissen beziehungsweise der entzug von von sinneswahrnehmungen eigentlich versucht hat zu depersonalisieren um eine gelegenheit zu schaffen einer neuprogrammierung und das was wir hier beschreiben als als individual psychologische missratenen therapieversuch wenn man es wohlwollend sagt oder als übelsten zugriff auf die seele des menschen mit der absicht einen neuen menschen hervorzubringen geschieht gerade flächendeckend die begriffe dafür wären wohlwollend disruptives ereignis das heißt es gibt keine kontinuität in der geschichte die uns anknüpfen lässt und genauso fühlen wir uns im moment abgeschnitten eigentlich vor unserer existenz und der zeit vor corona ich habe das gefühl dass die zeit einerseits überhaupt nicht vergeht ich fühle mich wie in einem wartezimmer zum tode das keinen ausgang kennt indem ich sozusagen gefangen bin und kann gar nicht aus eigener kraft irgendwie neue lebensereignisse generieren und zugleich fühle ich mich abgeschnitten von jeder möglichen zukunft und der vergangenheit und so insofern finde ich diesen gedanken den jens jetzt eingeschlagen hat über die erinnerung überhaupt wieder brücken zu schlagen und so was die lebenskontinuität zu bewirken im biografischen raum nicht nur für den für das individuum interessant sondern wir brauchen auch so etwas wie eine erzählung dessen wie wir hingekommen sind im kollektiven raum denn ich habe das gefühl dass die kontinuitäten eine frage von privilegien sind es gibt menschen die ihre pläne kontinuierlich werfen können also wenn man sich die oxfam studie anguckt was immer man davon halten mag gibt es ein paar menschen die in der kontinuität ihrer reichtums anhäufung durchaus profitiert haben und ich glaube auch nicht dass die diese existenziellen brüche durchleben mussten wie das die mehrheit der menschen momentan mussten und dann gibt es welche die müssen sich jetzt plötzlich neu erfinden und zugleich sind ihnen alle gelegenheiten entzogen darauf zugriff zu nehmen das heißt die rahmenbedingungen in die hinein man sprechen könnte instanzen finden an denen man skandalisieren könnte was bei snoden passiert ist die sind alle weggebrochen das heißt wir sind sozusagen in einem gewissen vakuum im gesamtgesellschaftlichen raum das selbst anknüpfungspunkte institutioneller art und historischer art uns entzieht und die chance daraus ist einerseits dass das rückwärtige erzählen und das ist auch das erzählen in die zukunft hinein und zwar unter den prinzipien der freiheit der vernunft und der verantwortung dass das wäre meine hoffnung dass sich sozusagen ein neuer geschichtsfaden irgendwie anbieten könnte und der könnte sich ergeben als anknüpfung an das was wir als erinnerung an die alte zeit gewinnen können und zwar nicht als reaktionärer gedanke wir müssen jetzt wieder zurück in die bundesrepublik der 80er jahre wobei ehrlich gesagt ich würde tauschen ich würde es machen ehrlich gesagt ich nehme die kursuren in kauf und auch die etwas unattraktive mode sondern einfach zusammen besser damals ja auch das ja dieses verhältnis zur geschichte ist momentan systematisch zerstört und insofern haben wir das gefühl also wie die ewige wiederkehr des gleichen zu erleben also das hatten wir alles irgendwie schon mal das gibt es und letztendlich geht nichts voran und wenn wir darauf keine gute antwort finden und zwar ist nicht nur intellektuell sondern auch sozusagen kulturell dann gnade uns gut wenn ich da ganz kurz eine sache noch kurz anknüpfen darf du hast gerade was von amnesie gesagt ich finde es eine ganz ganz wichtige geschichte so kam genau von dem was du gerade beschrieben hast kam diese eine textseile zustande wir vergessen viel zu viel willkommen sie ist zurück die kollektive amnesie und im endeffekt ist es genau das was einerseits passiert von außen aber auch das was bei uns selbst natürlich immer wieder hinterfragt werden muss ich weiß als ich noch erzähle die geschichte immer wieder gern ist auch kommt auch kurz in dem buch vor als meine tochter als ich noch beim händewischen waschen war kam meine tochter und schickte mir das erste wo-dat-video und dann kam diejenige die ihr das wo-dat-video geschickt hatte und ich habe ganz andere sicht der dinge es war so märz 2020 und dann kam diese freundin rein und sagte ja schon alles vergessen von der schweinegrippe 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 nicht interessiert hat ich war irgendwie ganz woanders die krankheit und gesundheit waren bei mir besetzt durch das thema mit meiner mutter das heißt ich hatte gar keinen gar keinen raum für andere themen das heißt ich hatte keine erinnerung an die schweinegrippe und natürlich war die schweinegrippe auf eine gewisse art und weise ein blueprint für das was jetzt passiert ich würde sogar so weit gehen dass ich heute sagen würde es war gar nicht gewollt dass das damals funktioniert ich glaube man hat das gemacht um zu sehen was können wir was machen wir für fehler dinge die wir vielleicht übersehen würden wenn wir es jetzt durchziehen würden lieber eine art generalprobe wo man dann alles und wir sehen ja dann auch durch frau schreier sehr schön beschrieben in der chronik einer angekündigten krise wie das dann dazu führte dass immer wieder diese diese ereignisse waren wo man die dinge immer besser immer schärfer geplant hat und wenn wir uns an diese dinge erinnern würden schweinegrippe ist nur ein beispiel für mich dass das mich am allermeisten lebensnoten trifft ist assange natürlich ist es wir haben jetzt donnerstag ein konzert ein tribute konzert für assange bei apollut um auch wieder daran zu erinnern mit vier sehr mutigen künstlern wie wenn es passieren kann dass wir egal ob du bei den öffentlichen rechtlichen bist oder bei den alternativen medien dass sowas passieren kann und dass mir nicht ein ständiges aufbegehren haben und ständig eigentlich auf der straße sind für diese leute die sich so aus dem fenster gelegt haben die alles restiert haben alles auf eine karte gesetzt haben das heißt ja dass auch wir unseren handlungsbereich immer wieder hinterfragen müssen tun wir schon zu viel sind wir zu viel in der eigenen blase drehen wir uns zu sehr um den eigenen nahe geht es um unser buch geht es um unser interview geht es um die platte ihr wisst was ich meine ich bin jetzt auch total besetzt dass diese platte endlich rauskommt und denkt mir aber da sitzt jemand wie assange seit jahren und wird gefoltert ist die energie nicht da besser aufgehoben also ich will damit nur sagen egal wie viel man sieht oder egal wie viel man versucht zu bewirken wo sind die größten baustellen für mich ist im journalistischen bereich neben stoden assange die allergrößte baustelle es kann nicht sein dass es gut gut und ein kaiser alle hier am tisch an diesem alles auf den tisch schreiben ja ich glaube es gibt aber auch ein neues Verhältnis zum Lesen, die Sachen werden verschlungen, also mit einer Ernsthaftigkeit, das ist nicht der Roman, den man jetzt vielleicht auch mal gerade gelesen haben muss, also ein Suchen nach Antworten, nach alternativen Narrativen, dass es sozusagen eine Freude ist zu schreiben. Das Gleiche gilt für diese Unmengen an Videos, die es gibt, die ich manchmal sehr lange finde und umständlich, die werden auch alle gesehen und also es gibt einen Hunger, der für Leute wie uns eigentlich ermutigend ist. Vielleicht auch der Punkt, wo man im Sinne von Matthias Borchert dann auch anknüpfen kann, kulturell gesehen, denn was man ja beobachtet, ist ein ganz krasses Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Seiten, wenn ich das so sagen darf, was die intellektuelle Beschäftigung mit dem Thema angeht und wenn wir allein die Titel, die der Rubicon Verlag seit zwei Jahren rausbringt, sehen, wie erfolgreich die sind und wie die auch geschrieben sind, also mit welcher inhaltlichen Qualität und wir sehen auf der anderen und es gibt noch viele andere, ich habe jetzt hier zufällig im Scorpio Verlag das Info von Raimund Unger hier liegen und was alles jetzt erschienen ist und wir halten auf der anderen Seite was dagegen, das neue Buch von Maiti Nguyen, Leihendecker, die sich ja nicht mit diesen Thesen auseinandersetzt, es gibt ja leider nicht dieses Gespräch, aber es gibt das unglaubliche Angebot, es gibt den Markt auch, es gibt die mutigen Verlage oder auch Leute, die sich hervorwagen jetzt aus der Deckung, die gar keinen Verlag haben und die jetzt Videos machen und so weiter, da können wir noch das Internet nutzen auch, wir sehen natürlich auch das Phänomen, dass sobald es wirklich gefährlich wird, wird es gekappt, aber da ist eben das gedruckte Buch, muss ich jetzt auch nochmal sagen, wahrscheinlich wirklich noch so eine Brandmauer vor dem neuen Fahrenheit 451, weil man eben nicht verbrennt heute physisch, sondern einfach löscht mit der Taste, das passiert ja auch, dass es von deinem Gerät, Endgerät einfach wieder verschwindet, das ist alles möglich und das, so etwas physisch zu besitzen, kann eine Versicherung sein, auch gegen diese kollektive Amnesie und das Zweite, was ich beim Lesen oder bei der Lektüregewohnheit beobachte, zumindest bei mir, wenn ich hier so auf die Bücher sehe, die hier so links vor mir stehen, da steht ein Ivan Illich, da steht natürlich eine Hannah Arendt, Matthias Brücher hat es schon erwähnt, Gustav Lebon steht hier, sogar ein Nassim Nicolas Taleb, der in Antifragilität sehr, sehr viel Interessantes geschrieben hat, was man heute, was er heute vergessen zu haben scheint, aber da stehen sehr viele Bücher aus unserer intellektuellen Vergangenheit, aus unserer Geistesgeschichte, die so aktuell sind, alles Amnesie, haben wir alles vergessen, obwohl wir das ja studiert haben und die, an die man wieder anklüpfen muss und das ist für mich eine Heidenfreude auch, das auszugraben und zu sagen, oh, also das würde mich natürlich interessieren, was die heute dazu sagen würden. Auf jeden Fall steht es in ihren Texten, ich muss sie ja nicht aus dem Grab zerren, aber in ihren Texten sehe ich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte an eben die Idee der Freiheit, die zu verteidigen und das Einzige, was, es klingt wenig, aber es ist doch viel, was man machen muss, ist eben den Bezug auf diese Gesundheitsideologie zu schaffen. Dass es nicht darum geht, dass hier die Braunhemden durch die Straßen marschieren und oder dass ein physikalischer Dritter Weltkrieg ausbricht, hoffen wir es nicht, aber es geht um andere, ähnlich Schlimmere. Ich will diese Flaschenpost aus der Vergangenheit auch nochmal würdigen als solche, denn es gibt einen Gedanken der demokratischen Einbeziehung und Inklusion der zukünftigen Generationen, der eigentlich als strategisches gegeneinander ausspielen der Lebenden gegen den Ungeborenen macht, weil man ja einerseits die Ungeborenen zum Argument macht, sie zu beschützen vor der Klimakatastrophe und zugleich aber auch deren Geburt verhindert, indem man sagt, Antinatalismus ist die beste Art und Weise, wie die Menschheit überleben kann. Also das ist schon mal ein Widerspruch. Ich möchte ganz stark machen, dass zum demokratischen Chor der Menschheitsfamilie nicht nur die gegenwärtigen und die zukünftigen gehören, sondern auch die vergangenen Menschen. Auch die haben uns sozusagen erstmal hier hingetragen, wo wir sind und das, was wir als Zivilisation hier gerade mit Füßen treten und geringschätzen, auch die Freiheitserwerbung der Domestikation von Macht und Autorität ist errungen worden mit sehr viel Blut. Diesen Blutpreis haben unsere Vorfahren bezahlt und sie werden zugleich zum Verstummen gebracht, indem man ihre Stimme versucht abzuschneiden aus dem Chor der Menschheitsfamilie. Und insofern ist diese Flaschenpost aus der Vergangenheit auch ein wieder zu Wort kommen lassen von Perspektiven, die in den demokratischen Chor als Stimme mit hineingehören. Nicht um alle Diskussionen zu entscheiden, sondern um zur Qualität der Diskussion beizutragen. Damit sind wir beim Positiven und wir sind sozusagen vielleicht bei uns. Also wir sind ja alles Eierköpfe und wir sind jetzt vielleicht keine Bölls und keine Foucaux oder sonst was. Aber wir haben etwas, wir haben eine Art Gegenkultur geschaffen, die ich mir nicht hätte träumen lassen. Die ist sozusagen ganz insulär entstanden, die fusioniert gerade zu einem wenigsten Netzwerk. Das, also sozusagen, es haben ja nicht alle geschwiegen. Wir haben uns irgendwie autorisiert, was dagegen zu sagen und uns kundig gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, verlaufender Kamera, für mich sind Naturwissenschaften durchaus schwierig. Ich muss immer sehr genau rechnen, wenn ich dann die RKI-Zahlen sehe und immer wieder feststellen, dass die falsch sind. Aber ich glaube, misstraue dann eher mir und frage nochmal andere Leute. Aber wir haben uns autorisiert, ja mehr als den Mainstream. Wir haben also die Macht unterminiert. Wir haben sie herausgefordert. Ich will jetzt nicht allzu weit gehen, aber so ungefähr kann man das mal sagen. Ist das nicht ganz erfreulich? Also ist das nicht eine Chance, dass wir an uns anknüpfen können, dass wir eine kleine Parallelgesellschaft, eine Gegenkultur bilden, wenn auch nur eine kleine Gegenöffentlichkeit? Absolut. Also ich, daraus zehre ich im Moment die meiste Kraft, zu wissen, dass es Leute gibt, die bereit sind, auch den nächsten Schritt zu gehen, für den Fall, dass es wirklich ganz, ganz bruchbar hier in Deutschland werden sollte. Ich habe als Karl Lauterbach Gesundheitsminister wurde in der Supporter-Anhängergruppe bestellt und wusste, der nächste Schritt ist jetzt ein Hänger, der irgendwie abschließbar ist, dass ich zumindest ein kleines Studium mitnehmen kann. Und egal, wo ich dann bin, dann Musik machen kann und zumindest aus der Ferne weiter zuarbeiten kann. Und es gibt viele Leute, die schon ähnliche Schritte unternommen haben. Ich habe Leute aus der Basis kennengelernt, die sind jetzt in Schweden. Andere gehen jetzt nach Montenegro, glaube ich. Also das gibt jetzt schon überall diese kleinen Kommunen, die sie auch aufhören von Deutschland. Ich hoffe, dass wir das ganze Ruder hier rumreißen können. Einfach deswegen, weil ich zwei Töchter habe. Eine ist 14. Die fängt jetzt gerade an, sich hier zu entdecken. Die will eigentlich nicht weg. Die mag auch Berlin, obwohl Berlin natürlich partiell auch unerträglich ist. Und dann eine große Tochter, die gerade vor ihrem Medizinstudium jetzt Krankenschwester wird und ist da auch nicht gleich, aber da auch eigentlich bleiben möchte. Das heißt, wenn wir das Ruder hier rumreißen, wäre es mir am liebsten. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel nicht dahin gehen, wo es für mich am natürlichsten wäre. In Amerika gibt es auch schon eine kleine Community, mit der wir zu tun hatten. Wir haben lange drüben gelebt. Wo? In Staaten drüben. Ein Teil meiner Familie lebt in New York, in Upstate New York und in Long Island. Die würden jetzt aber alle in den Süden ziehen, da, wo es etwas leichter ist und da, wo es eben keine Mandates gibt und wo man einfach leben kann und auch Kultur schaffen kann. Texas, ganz interessant, was da gerade passiert. Auch kulturell übrigens. Ich glaube, das passiert. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich merke immer, wenn diese Leute zusammenkommen, egal ob es vier oder 40 sind, ja, wir machen auch immer wieder so, während dem Lockdown gewisse Zusammenkünfte, die natürlich verboten sind, aber wahnsinnig Spaß machen, merke ich, da passiert was, da brodelt was, da ist was immer ein Stehen, ganz bestimmt, sowohl auf kultureller, auf intellektueller Ebene auch, aber eben auch ganz viel von Leuten, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ich merke so wahnsinnig viele offene, belesene Menschen, die sonst bei Aldi an der Kasse sitzen. Das sind eben nicht die Leute, von denen ich dachte, ihr habt doch zugegeben, ihr verbringt den größten Teil eurer Zeit mitlesen. Entschuldigung, aber Information ist nur Wohlschuld. Ja, jetzt, weil es kann doch nicht sein, dass ihr nur die Zeit, wo dann auf dem Titel, weil wir vorhin über Lauterbach gesprochen haben, meine Lauterbach-Geschichte, die mich umgeblasen hat, war Karl der Große, Fragezeichen in der Zeit, mit Bild von Lauterbach, wo man ihn mal so sieht. Ich dachte mir, oh mein Gott, also Karl Lauterbach, das Phänomen Lauterbach ist schon Intelligenz und auch ein Belastungstest. Also das ist beide. Harvard, die Pandemie studiert, Harvard. Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass diese Parallelstrukturen, weil du danach gefragt hattest, ich glaube, dass die wichtig sind und mir geben sie unglaublich viel Kraft, weil ich merke, dass da auch Kultur passiert, auch im Kleinen und Gunnar hat es einmal mitbekommen, wie wir ein Konzert während dem Lockdown im Keller gemacht haben und das war echt ein heißer Abend bis morgens im Segen, das hat sich angefühlt wie früher. Ich hoffe, ihr wart alle unter Genesenen und Geimpften. Meine Herren, es gäbe noch sehr viel zu besprechen. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass eine dänische Boulevardzeitung, die ungefähr dem Bild entspricht in Deutschland, extra blattet heißt die, glaube ich, die hat sich entschuldigt für ihre Berichterstattung in den letzten zwei Jahren. Das hat mich noch wirklich gerührt und bewegt und ich frage mich, wird sowas in Deutschland überhaupt mal passieren? Und darauf zielt meine Frage. Der Milos Matuschek, den Sie wahrscheinlich auch kennen, ein heute in der Schweiz lebender und schreibender Journalist, sagt, immer wenn er nach Deutschland kommt, fröstelt es ihn ganz besonders. Ich war jetzt nirgendwo mehr im Ausland. Ich weiß nicht, wie andere Länder damit umgehen. Weiß jemand von Ihnen, wie sozusagen ist Deutschland wieder gefriert, technisch an der Spitze? Also ich habe zu wenig andere Beziehungen. Also wir sind Vorreiter in Sachen Wahnsinn, das muss man sagen, mit Österreich mal wieder. Ich weiß nicht, woran das liegt, welche kulturelle DNA uns dazu treibt, diese Dinge zu übertreiben, über die Maßen hinaus. Und da können wir es mit keinem, kein anderes Land kann es da mit uns aufnehmen. Das ist eine neue Form von Nationalismus, die da jetzt auch wieder auffällt. Ja, und auch stolz. Ja, aber das ist doch schön. Und das Wesen und so. Aber die Frage ist doch, wie man sich gleichzeitig als interessiert an anderen Kulturen und über die Grenzen schauend darstellen kann und dann eben dort vollkommen die Scheuklappen da ganz dicht hat, dass man gar nicht merkt, ach, andere Länder gehen da anders mit um und es funktioniert, sondern da weiterhin stolz drauf ist, das sind alles böse, andere menschengefährdende Untermenschen. Matthias Burchert. Ja, ich bin gerade ganz begeistert auch von der Poesie, zu der die Verwaltung greift. Es gibt jetzt die Neu-Corona-Verordnung in Niedersachsen, die als Operation Winterruhe vorgestellt wird. Ich dachte, das wäre der Name eines Ostfeldzuges gewesen in den 40er Jahren. Und ich finde, das ist wiederum, das zeigt die große Ambivalenz des Deutschseins, dass man irgendwie schafft, das Bildungsbürgerliche und das Land der Dichter und Dänker dann doch auch mit dem Mut zum politischen Radikalismus zu versöhnen. Also da macht uns so schnell keiner was vor. Meine Herren, es wärmt meine Seele, mit Ihnen zu sprechen. Ich fand es außerdem wirklich interessant. Ich bedanke mich sehr bei Matthias Burchert, bei Jens Fischer-Rodrian und bei Gunnar Kaiser. Das nächste Mal widmen wir uns hier in dieser Runde unserer Parallelgesellschaft, also das, wo wir am Schluss gesprochen haben. Natürlich würde ich am liebsten mit Ihnen weiter darüber reden. Geht halt nicht immer. Auf bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.